Nach jahrelanger Planung und Vorarbeiten sowie detailreichen Berechnungen ist die gesperrte Ausfahrt Zimmerring am Wochenende endgültig entfernt worden. Als ganzes Stück ist das Segment hochgehoben und neben der Tangente abgesetzt worden. Wir müssen eine Brücke von der Tangente wegheben. Diese Brücke ist 550 Tonnen schwer und das können nur ganz besondere Kräne sowie dieser Raupenkran, den wir hier im Einsatz haben, erklärt Asfinat-Geschäftsführer Andreas Fromm. Da aus Platzgründen nur von einer Seite ausgearbeitet werden kann, muss der 84 Meter hohe Raupenkran, einer der größten Europas, eigens aus Holland angefordert werden. Für den Transport aus Rotterdam sind rund 100 Lkw-Fahrten, darunter 20 Spezialtransporte, nötig gewesen. Den 15. August hat man gewählt, weil es erfahrungsgemäß einer der verkehrsärmsten Tage im Jahr ist. Um 7.10 Uhr landet dann die Brücke auf der Abstellstelle neben der Tangente. In den nächsten Tagen wird die Brücke zerlegt, 90% des Materials sollen recycelt werden. Auf dem umliegenden Areal entsteht ein öffentlicher Park.